Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Es scheint jetzt so, als ob der Mittelgewichtskampf zwischen Paolo Costa und Ikram Aliskerov, der Ex-Gegner von Hamza Chimaev bei der UFC 291, also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, abgesagt worden ist. Nachdem Paolo Costa wieder am Internet erstmal ordentliche Ansagen verteilt hat und richtig Promo gemacht hat für den Fight und sich über diese ganze Region wieder irgendwie lustig machen wollte und das Ganze wieder ins Lächerliche ziehen wollte und den Kampf so promoten wollte, ist er jetzt wieder abgesprungen, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Erstens, ein Kampf gegen Robert Whittaker wurde nicht angenommen, gegen Hamza sollte er auch kämpfen, hat er nicht angenommen. Beziehungsweise hat die Kämpfe alle erstmal angenommen und ist dann wieder abgesprungen. Die Leute in den Kommentaren bei der UFC sind so verärgert, dass sie sagen, cuttet Paolo Costa endlich. Kann doch nicht sein, dass er immer nur das tut, worauf er Bock hat und alle an der Nase rumführt, Kämpfe annimmt, aber dann nicht mehr auftaucht und immer noch irgendwie in der Top 5 im UFC-Mittelgewicht gerankt ist. Laut Judo Beta 995 hat Costa seine Teilnahme an der Veranstaltung zurückgezogen und Alice Kierow wird gegen einen neuen Gegner antreten, Roman Dolize. Der ist eingesprungen, was eine schwierige Aufgabe sein wird, da er nun 12 Tage vor dem Event und in der Höhe von Salt Lake City, Utah kämpfen wird. Judo Beta erwähnte, dass die Nachricht von vertrauenswürdigen Quellen in Alice Kierows Lager bestätigt wurde und schrieb dazu, meine Insider-Quelle hat mir gerade gesagt, dass Costa gegen Ikram nicht stattfinden wird und die UFC versucht, Dolize gegen Alice Kierow zu buchen. Nichts Offizielles, aber die Info kommt aus Ikrams Lager, also bin ich sicher, dass es wahr ist. Dolize wird versuchen, im Mittelgewicht wieder in die Spur zu kommen, da er gerade eine einstimmige Entscheidungsniederlage gegen Marvin Vittori einstecken musste. Mit dieser Niederlage wurde seine Siegesserie von vier Kämpfen unterbrochen, in denen er drei durch KO und Prämien für die beste Leistung des Abends in der UFC erzielt hatte. Der ursprünglich angesetzte Kampf war mit richtig, richtig viel Spannung erwartet worden, da der Dagestaner unmittelbar nach seinem beeindruckenden Debüt eine Chance gegen ein Top-Mittelgewicht erhalten sollte, genauso wie es bei Abus war, der per KO gewonnen hatte und dann direkt in die Top-10 im Mittelgewicht eintauchen durfte. Paolo Costa hätte ihn dort erwartet. Der Grund für die Absage von Paolo Costa bleibt bis jetzt unklar, da es den Anschein hat, da er mit seinem neuen Vertrag bei der UFC weiterhin unzufrieden ist und er sich weiterhin querstellt und die UFC jetzt auf den Trockenen lässt. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, was sind über das Ganze. Lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.